kannst du zum Beispiel Bernhard jetzt einfach da die Sachen geben, also kannst Razor die Sachen geben, die Bernhard da hat, wo du denkst, dass die die brauchen und dann kannst du hier einen Raum da parken. Das waren einfach nur die Plastikfrüchte. Ja, ich glaube das war tatsächlich so das Leibgericht der Tentakel. Leckere Plastikfrüchte, wer kennt's denn nicht, dieses schöne Knacken, ne? Ah, da ist er ja. Ey, was machst du denn hier? Also, ich such die Toilette. Hast du die Toilette schon gefunden? Ja, wir haben schon nah an die rangemacht, ja, ne? Hier, ich hab da was für dich. Soll ich dir mal meine äh, 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 meine Bananen zeigen? Guck! Ja, sie freut sich, siehste. Kann der da stehen bleiben oder sollte woanders hin? Also, ich würde den in den Raum da parken. Also, nur von Fallerfälle, dass jetzt mal irgendein Edison hier durch die Gegend läuft. Hier gehen die nicht rein? Noch nicht. Also, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob die später irgendwo hier... Gibt's eine Zwischensequenz, wo die... Ich glaube nicht, ne. Gib Plastikfrüchte zu Grün-Tentakel. Wow, mein Lieblingsessen! Das war's! Wo ist was zu trinken? Tja, diese Ansprüche, ne? Die Pepsi wahrscheinlich, oder Fruchtsäfte? Pepsi oder Fruchtsäfte? Das ist eine gute Frage. Also, ich sag mal, ich sag mal, ich glaube, Pepsi brauchst du für was anderes noch. Also, ich weiß nicht, ob du dir jetzt der Pflanze das auch geben kannst. Ich, äh, oder ob du dir, ähm, dem Tentakel das jetzt geben kannst. Ich glaube, die Pepsi würde ich mir aufheben. Ich glaube, das Beste, was du machen kannst, äh, du kannst ja mal dein Inventar durchgucken. Dann gibt's noch was anderes, was du geben kannst, wo du nichts verbrauchst. Wie Fruchtsäfte zu Razor. Wolltest du einen kleinen Tipp haben, was ich machen würde jetzt an der Stelle? Ja, schieß los. Also, guck mal, du hast da ein Glas. Vielleicht kannst du das ja irgendwie nutzen, weißt du? Äh, das ist, ja, ja. Also, ich, ich weiß, ich weiß aber wirklich nicht, ob das, äh, es kann sein, dass du das Glas völkertst und dass das ausreicht für die Tentakel oder für grünen Tentakel. Kann auch sein, dass du sagst, äh, es ist... Also, das ist halt auch so eine Stelle, wo ich mich immer frage, ich weiß gar nicht, ob man da einfach Items irgendwie verhauen kann, die man später halt braucht, weißt du? Du kannst denen ja auch andere Sachen zum Beispiel zu fressen geben und im... Oder die Pepsi, ne? Wenn du die zum Beispiel weg hast, dann bist du ja eigentlich auch sogar in der Sackgasse, wenn ich mich da recht erinnere. Wasserhahn. Benutze Glas mit... Äh, benutze Wasserhahn mit Glas. Ja. Ich glaube, du musst es erst mal anmachen, glaube ich. Ach, öffne. Wasserhahn. Das lässt sich nicht öffnen. Benutze Wasserhahn. Ach, warte mal, war das nicht wieder? Schalt ein Wasserhahn. Ja, wer kennt es nicht? Den Wasserhahn einschalten, ne? Wer macht das? Benutze Glas mit Wasserhahn. Hast du das Wasser? Einfach mal so, ne? Guter Tipp. An meinem Lichtschalter, weißt du? Äh, ich hab zu Hause Wasserhahn-Schalter. Und erst mal das Wasser anlassen. Natürlich. Ich glaube, du kannst auch so Sachen aufnehmen, die du später gar nicht brauchst, äh. Das ist immer so, gerade bei alten Adventure, immer so ein bisschen plümm. Äh, wo ist denn? Ja. Ach, hier. Es ist übrigens gut, dass du Wendy nicht genommen hast. Ich glaube, die hatte so ein... Ich glaube, bei der musstest du etwas machen, was rätseltechnisch so sinnlos war. Ja, also... Ja, Katze. Ich brauche wieder hier mal Aufmerksamkeit, Dior. Meine schaltet dann immer den Rechner aus. Ja, wunderbar. Das macht meine auch, ey. Die läuft dann immer halt drüber und dann denke ich mir so... Ja, meine kreicht immer rum, die hört man immer schön laut, ja. Es nervt mich inzwischen auch, dass der ein Ausschalter an meinem Rechner oben ist und nicht irgendwie an der Seite. Ja. Ja, aber warum ist es eigentlich mittlerweile so? Es ist irgendwie, es ist doch viel praktischer, wenn es an der Seite ist, ja. Ja, früher waren die an der Seite oder vorne und jetzt sind die immer oben. Ja. Okay. Wir haben ein Glas Wasser. Vielleicht reicht ihm das ja schon. Richtig so ein hartes Alkwasser, ne. Gib Glas Wasser zu grünes Tintakel. Danke. Jetzt können wir hier rein und da drin ist... Aktenschrank. Ah, wieder alles dunkel hier. Ja, sowas schön wie dunkel ist ja alles, ne. Vergrößerer... Tja, was denkst du denn, wo du dir sein könntest? Vergrößerer Aktenschrank? Da gab's auf jeden Fall ne, ne Lampe irgendwie. Das ist, manchmal gibt's halt so, wirklich den, den Schalter direkt neben der Tür. Manchmal ist halt wirklich so Tischlampen oder Hängelampen und... Ich geh mal hier hoch. Ja. Ich empfehle dir zu speichern. Ja, ich weiß, in einem von den Zimmern war Ed drin. Ich glaub sogar hier. Das ist auch ein schöner Türrahmen auch, oder? Findest du nicht? Wanted. Mit dem Totenkopf da, äh, mit dem Teufelskopf. Ja, das ist sehr schön. Äh, Lies Steckbrief. Gesucht wegen... Gesucht wegen... Ähm, ähm, ähm... Ähm, ähm... Vielleicht besser. Haha! Gesucht... Gesucht wegen zahlloser grausamer Taten. Jetzt ist es zu schnell weggegangen. Oh Gott, das will ja... Nochmal. Gesucht wegen zahlloser grausamer Taten. Ein mörderischer, schleimiger, lila Meteor. Der ist ja rund. Wie das Ding auf dem Gemälde. Wenn Sie ihn sehen, rufen Sie ihn an. 1977. Haha! Ein wunderschönes Bild. Oh, das ist ein Leiter. Aber ich find's auch irgendwie witzig, dass... Das ist das einzige Bild, was irgendwo so versteckt im Raum hängt. Die anderen hängen so schön, äh, weißt du? Schön im Flur, wo sie jeder sehen kann. I'm a rocker. Disco sucks. Ach, ich bin so deprimiert. Schniff. Benutz. Äh... Ich würd gern mit ihm reden. Ich werd niemals meine Band haben. Mein Leben endet im Nichts. Ich werde nie etwas erreichen. Selbst das Essen hat nicht geholfen. Hupf. Ja. Nimm Schallplatte. Die leiden des jungen Tentakel, ja. Öffne Stereoanlage. Das lässt sich nicht öffnen. Mom! Das Bild ist sehr cool mit der Mutti. Oh, Autoschlüssel. Nimm gelber Schlüssel. Die laupte. Ich dachte, er sagt irgendwas dazu, aber scheinbar nicht. Hat der nicht irgendwie... Hat der keinen Demo-Tip oder so? Ja, mach mal, guck mal, guck dir nochmal die Anlage an da, die da steht. Ich glaube, da gibt's ein... Da kannst du da direkt ein Kassettenfach irgendwie... Kannst du das direkt öffnen oder so? Hast du schon öffnen getrunken? Das lässt sich nicht öffnen. Komisch. Kann auch sein, dass das... Also irgendwo gab's in dem Spiel auf jeden Fall ein Demo-Tip oder so eine... Weil ich denk mir halt bei dem Mark Ting, dem ich veröffentliche alles Typen, dass wir denen das Demo-Tip schicken müssen. Mhm. Was ist Stereoanlage? Schließ auf, Stereoanlage? Nee, ich glaube nicht. Übrigens, ich empfehle mal jetzt, äh, Bernhard, äh, oder eine Figur solltest du jetzt mal draußen behalten. Weil ich sag das jetzt extra, ich... Das ist jetzt einfach nur der Hinweis, es gibt ja gleich eine Zwischensequenz, wo du reagieren musst, äh... Wo du so schnell reagieren musst, äh, das würdest du nicht schaffen, wenn du hier auf der ersten Etage bist und wenn der Gegenstand dann weg ist, dann hast du eigentlich Pech gehabt. Das ist dann eines dieser Dead Ends, weißt du? Genau, park da einfach mal hier erstmal, das ist... Hier an der Seite, oder? Ja, ist in Ordnung. Also, du kannst ja dann reagieren, wenn es so weit ist. Du wirst schon sehen, was ich dann meine. Du, äh... Ja. Ich bin sooo traurig. Er lässt sich einfach nicht in Ruhe, ne? Hm, hab ich irgendwas für ihn? Schallplatte, 10 Cent. 10 Cent sind super. Ja, hast du 10 Cent, bist jetzt glücklich. Benutze Funkgerät. Es ist doch nicht an. Schalt ein, Funkgerät. Es funktioniert nicht, vielleicht... Also, es funktioniert nicht, vielleicht fehlt ein Teil. Müssen sie schon richtig sprechen. Öffne Tür. Natürlich. Feuer speichern. Oh, ein willkommener Gast. Oh, ich hab dich. Ja, es geht schon. Da musst du schnell sein, ne? Ah, zum Glück bist du kein Junge, sonst wärst du in großen Schwierigkeiten. Giggidi. Giggidi, genau. Tja. Tja. Willst du... Dann nicht da rein. Aber hier vielleicht rein. Eindringling, halt! Was tust du hier in unserem Haus? Hä? Wer bist denn du? Hm? Bist du ein Agent des bösen Meteors oder hilfst du mir, ihn zu besiegen? Hm? Du sagst nichts, wie? Nun, dann ab in das Verliesbioden. Aber ich kann doch gar nicht reden. Also irgendwas... Ich tatsächlich... Schade, dass du mich auf meiner Seite bist. Irgendwas musst du noch machen können, um ihn zu überzeugen, dass man... Ja, ich glaube, irgendwas konnte... Ich weiß gar nicht mal was. Ich glaube, er war auch so... Ich glaube, bei den weiblichen Figuren tatsächlich kannst du irgendwas machen bei Ed. Der andere schmeißt du sofort in den Knast. Also... Dann probier es nochmal. Ja, das ist halt immer das Problem. Also, wenn du in die Zimmer da eindringen möchtest, ich glaube, da musst du wirklich diese Zwischensequenzen abwarten, wo die aus den Räumen draußen sind. Also... Drücke... Nee. Ich will Ed drücken. Geht das nicht? Möchtest du ein bisschen umarmen, oder was? Ja, benutze... Sparschwein. Möchtest du irgendwas, wo du denen theoretisch... Zeigen könntest, dass du irgendwas... Nee. Ich hab 10 Cent. Ja, zu spät. Ui, Junge, 10 Cent! Ja, danke. So was Schönes hat mir noch nie jemand gefängt, ja. Ja, kannst ja erst mal weitergehen, ja. Weißt du jetzt ja, wo Ed Zimmer ist, und... Im Notfall kannst du einfach reinrennen. Überflüssige Körperteile im Gehirn. Igitt! Ah, das mag ich auch. Bei den alten Adventures waren ja immer so... Irgendwie waren immer so Nackedei-Kalender irgendwo angebracht. Und man hat ja nie was erkannt. Weil... Ging ja nicht wirklich. Ja. Oh, eine Behindertentoilette. Ist ja nicht schön. Warte mal, ich weiß, ich hab ne Ahnung, wer da ist. Ah, ich lieb ihn. Ja, den kann man schon, ne? Ja. Das ist ein zweiter Teil. Ruf Doma Edna, steht da. Ruf Doma Edna. Okay, was gibt's hier? Ein Schwamm. Ich glaube, das Rätsel mit dem ist halt auch völlig bescheuert eigentlich, ne? Nimm. Ah, wenn die davor steht, dass es nicht nehmen. Nee. Gehe zu. Nimm. Ach, du hast den Schwamm genommen. Okay. Ja, schwammtrocken. Nimm zerbrochener Spiegel. Kannst du was mitnehmen? Nö, kannst du nicht. Öffne Toilettendeckel. Äh. Nimm Toilettendeckel. Das kann ich nicht nehmen. Nicht einfach ausreißen, ne? Benutze Toilettendeckel. Das hat geklingelt. Person Bernhard. Ja, äh, warte, 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 warte. Bleib da noch ein bisschen... Oh, die Türklingel. Vielleicht ist das mein Paket. So. Jetzt weißt du, was du machen musst, ne? Zur Seite? Nee, andere Seite. Andere Seite. Es muss sich beeilen, sonst wirst du dich schnappt. Ich sag dir das jetzt einfach, weil du würdest da sonst nicht drauf kommen. Und jetzt versteck dich irgendwo. Renn am besten nach rechts. Weil das ist zum Beispiel so eine unfaire Stelle. Wenn der das jetzt nehmen würde, wäre das Paket weg. Und dann hättest du eigentlich schon keinen Zugriff mehr auf das Item gehabt, weißt du? Und das ist halt so eine Sache, die mag ich halt bei solchen alten Adventure-Spielen nicht. Das ist halt... Wie soll es da drauf kommen, ne? Hier will wohl jemand komisch sein, was? Das finde ich gar nicht lustig. Das nächste Mal kriege ich dich. Warum sind doch mal alle so gemein zu mir? Okay, Paket. Öffne Paket. Einige Briefmarken sind runtergefallen. Öffne Paket. Das wäre aber illegal. Oh, oh, Bernhard. Wie niedlich. Lies Schild. Warnung. Eindringlinge werden... ...schrecklich verstümmelt. Hahaha. Oh Gott, ich will dieses Schild. Ich will dieses Schild. Das will ich bei uns ins Fenster hängen. Ja, wäre auf jeden Fall... Wäre schon witzig, ne? Die Tür ist abgeschlossen. Äh, kacke. Dave hat den Schlüssel. Ja. Ja, du kannst aber bestimmt auch... Du hast ja noch jemand anderes im Haus, ne? Also ich glaube, von innen kannst du die Tür... Kannst du die, glaube ich, öffnen. Du musst natürlich jetzt den ganzen Weg nach unten latschen. Aber ist ja wenigstens sehr, wie soll ich sagen, sehr... Sarkophag, ist da was drin? Öffne Sarkophag. Das ist ja cool. Mit dem Fernseher drin. Hm. Nimm Playboy-Kalender. Er ist an die Wand genagelt. Geheftet und geklebt. Hm. Aber der Lein riecht komisch. Okay, was ist hier drin? Oh, dieses Foto. Das ist ein Traum, oder? Mhm. Das ist doch eine glückliche Familie, oder? Das gab's ja auch hochauflösend auf der Originalbox, dieses Foto. Ja. Toll, ne? Ja, ich hab mal eine OVP von Maniac Mansion ersteigert, hab die dann bekommen und noch bevor ich das Paket bekommen hab, wurde der Ebay-User gesperrt und gelöscht und da hab ich herausgefunden und hat, was heißt rausgefunden, man hat's direkt gesehen, das ist ne Fälschung, die Box. Na, toll. Ne richtig schlechte Fälschung. Ich hab dafür, äh, 40 Euro bezahlt. Na, toll. Öffne Haustür. Ja, das ist immer schlimmer. Man muss eigentlich immer ein bisschen vorsichtig sein, ja. Da kann man manchmal schon ziemlich, so. Ziemlich reinfallen. Ja. So, jetzt ist wenigstens wieder Ballard im Haus. Dann wieder speichern. Okay. Ja, aber du merkst schon, ist gar nicht so einfach, ne? So ein bisschen so diese Feedback-Mechanismen fehlen ein bisschen, ne? Ich guck mal, hat Dave Taschenlampe aus? Schlüsselkettensäge. Hm. Kann ich irgendwie die Items, die ich habe, hier nach draußen befördern? Wer nutzt die Taschenlampe mit Gitter? Klappt nicht. Hm. Ja, im Notfall hast du ja da einen Freund liegen, ne? Also, wenn es wirklich ein bisschen einsam wird, ja. Nimm Skelett. Ich frage mich, ob wir den kennen. Benutze Skelett. Jetzt muss ich an Simon Max denken. Ich benutze nicht wahllos irgendwelche Leute. Nur Max. Ja. Okay. Hast du das eigentlich auch letztendlich played, Simon Max, oder? Das hatte ich auch komplett gespielt. Ja. Das müsste ich auch mal, müsste ich auch nochmal spielen. Oder was heißt nochmal? Da wollte ich noch irgendwann die Telltale-Teile spielen von. Oh ja. Die sind auch richtig gut. Also, leider sehr unterschätzt irgendwie. Ich weiß nicht, davon redet irgendwie keiner mehr. Aber ich fand, die haben super den Humor aufgefangen. Die waren toll. Ja. Ja, auch hier Tales of Monkey Island. Das war auch echt nicht schlecht. Ja, und viele tun so, als ob das so schlecht gewesen wäre. Ich fand Tales of Monkey Island um Welten besser als Monkey Island 4. Ja. Okay, das ist auch keine große Kunst, glaube ich. Aber nee, es war ein gutes Spiel. Ich glaube, viele haben sich halt so ein bisschen an dieser etwas kantigen 3D-Grafik gestört. Ach, die Grafik war okay. Ja, fand ich auch. Oh, da ist eine Luke. Luke, ich bin dein Vater. Ja, Luke, ich komme nicht ran. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ein Farbfleck, ein Farbfleck, ein Farbfleck. Da kommt mir doch gerade zu. Das ist irgendwie witzig. Das sieht aber bei Dwarf irgendwie aus, ob der die ganze Zeit so Achselschweißflecke unter seinem Hemd hätte. Der ist halt ein bisschen nervös. Stimmt, so ein bisschen. Na gut, der arme Junge ist ja auch völlig verstört, ja. Das habe ich auch nicht vergessen. Boah, weißt du, an wen der mich gerade erinnert? An wen? Erzähl mal. Irgendwie sieht er ein bisschen aus wie Harold Ramis bei den Ghostbusters. Ja, so ein bisschen, ja. Von der Frisur her und so. Ja, wir haben sich ja ein bisschen inspirieren lassen. Oder wie haben wir einen Ghostbusters denn raus? Was ist das? Ja. 86? Und zwar, ich speichere mal. Nee, speichern wollte ich. Da ist Farbe an der Wand. Ich habe Farbentferner. Benutze Farbentferner mit Farbfleck. Ah, hören. Sehr gut. Oh, gehören. Ich bin gerade so stolz auf dich gehören. Manchmal bist du echt... Bist du... Ah, noch... Es ist wieder dunkel. Die Freude hat kurz angehalten, aber naja. Drähte. Reparier Drähte mit... Keine Ahnung. Alter Truthahn. Alte Batterien. Das klappt nicht. Vernageltes Fenster. Ja, okay. Aber schön, dass du das rausgefunden hast. Das finde ich schon mal gut. Ist auch lustig, dass man die Tür vorher nie gesehen hat. Also die Farbe war so dick, ja. So undurchlässig, dass du nicht die Kontur in der Tür gesehen hast. Ah, hier muss ich das Fenster... Da brauche ich eine Brechstange oder so für... Die Bretter geben nicht nach. Was hat denn Razor so im Inventar? Äh. Ah. Ja, das ist schon... Also teilweise läuft man ja echt ein bisschen... Wirr durch die Gegend, ja. Äh, ja. Also, ne, wenn du einen Hinweis brauchst, dann frag ruhig. Ja, ich glaube, ich brauche eine Brechstange. Ah, es gab auch irgendwie eine Garage, soweit ich mich erinnere. Das stimmt, ja. Das war noch ein Gebiet, was du dir noch nicht angeguckt hast, tatsächlich. Hä, wie geht's... Wo geht's denn wieder raus? Hast du schon mal wieder raus geschafft, irgendwie? War was? Ne, du kamst doch unten, musst du mal gucken. Luke, du bist doch durch eine Luke gekommen. Ach, Klappe. Genau. Kann der da drinbleiben, Bernhard, oder? Ja, ich glaube schon. Okay. Ist ja dunkel, da sieht ihn auch keiner. Der kann ja alleine im Dunkeln weinen. Dann gucken wir doch mal, ob wir irgendwo... Weißt du, was gerade auch schön ist bei diesem Spiel? Es hat so wenig Soundeffekte, dass ich mir keine Sorgen darüber machen muss, ob die Musik lauter ist als du. Ja, das ist wahr, ja. Ja, man war noch ein bisschen... War auch sehr sparsam mit den Sounds, aber ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Warte mal. Plakette? Da kann man sich wenigstens denken hören, ja. Na, da nicht hören. Ich kann kein Französisch. Irgendwas mit, ich glaube, Leihgabe des Louvre oder so. Oder Eigentum des Louvre. Kannst du Französisch? Äh, no, La Garage, Elf-Romage, blö, blö. Ne, ich habe tatsächlich so eine Schule gehabt oder so. Das war, also Englisch kann ich ziemlich gut, aber Französisch war nie mein Ding. Das war wirklich ganz furchtbar. Das ist eine schöne Sprache an sich, aber ich kann ja echt nicht sprechen. Weil es hat irgendwie, keine Ahnung, die haben einen Satz von 30 Wörtern und gefühlt sprechen die nur zwei aus, ja. Und dann ist es nie so, wie es geschrieben wird. Ja. Ja, und diese ganzen... Ja, da hast du ja noch sozusagen die weiblichen und männlichen Konjugationen und so. Und das ist dann die Mehrheitsform und Verlaufsform. Und das ist halt wirklich, also eine sehr komplexe Sprache, finde ich. Komisch. Schöne Sprache, wenn man sie hört, aber... Ich hätte gedacht, dass die Garage ja draußen ist. Ja, die ist auch draußen. Die kannst du aber nicht von hier erreichen. Das Wasser läuft immer noch, naja, egal. Ist nicht unsere Wasserrechnung, also. Außerdem waren die Kosten wahrscheinlich 2004 noch nicht so hoch, ne. Vor 20 Jahren. Das müsste dann meiner Meinung nach die Tür sein zum... Achso, ich wollte doch nach einem Kissen gucken. Kerze. Nehmen Kerze. Das ist so schwer. Guck mal in der Inventar. Du hast da vielleicht was wegen der Tür? Kannst du nochmal gucken? Ich weiß jetzt nicht, ob es... Schallplatte schwammt trocken. 10 Cent? Ach, gelber... Oh Gott, Schlüssel. Also, ich weiß nicht, ob es der ist für die Tür, aber irgendein... Damit kann ich die nicht aufschließen. Ich dachte, das wäre der vielleicht oder so. Ich war gerade so... 10 Cent? Schwamm? 10 Cent. Aber den Schlüssel habe ich gerade echt nicht gesehen. 10 Cent, Schwamm. Da kann man sich doch bestimmt irgendwas draus basteln, irgendwie die Bergzeuge, ne. Hm. Ach ja, guter, alter MacGyver. Na klar. Und wenn das jemand kann, dann Razor. Ich hatte ja gar keine Klinke. Mhm. Ach ja. Es ist sehr schön, dazu zu gucken. Ich fühle mich gerade genauso, wie ich damals, wo ich das gespielt habe. Ich bin auch einfach nur ewig rumgelaufen, habe erstmal alles eingesammelt und dann... War es wirklich sehr gut. Nimmstafflei? Das kann ich nicht nehmen. Ja, vielleicht will sie es nicht nehmen. Das ist was Unfertiges. Das sieht doch nicht schön aus, oder? Tüdelüdelü. Ich bin ein Mädchen und ich bin Punkrock. Ich bin Punkrock, ja. Ich bin der personifizierte Punkrock. Öffne Kassettenrekorder. Lässt sich nicht öffnen. Ich bin auch kein bisschen verrückt mit der Kassette. Ich dachte auch, also ich weiß gar nicht mehr... Also ich weiß, es gibt in den Spielen Kassette, aber wo die halt wirklich war... Möchte ich nicht irgendwo noch ein Stück Tapete abreißen? War das bei mir im Nick Mansion? Ähm... Nimm ein Zack-McCracken-Poster. Kann ich nicht nehmen. Oh Gott. Ja, und Bartscheibe. Ohne Pfeile. Da mag ich nur noch den Spruch aus Monkey Island. Alkohol und Pfeile gehören einfach nicht zusammen. Von da kam ich ja gerade, ob ich bin... Ja, wie gesagt... Orientierungssinn. Das Layout von der Villa hier ist auch sehr, sehr interessant, sagen wir es mal so. Ich hätte vielleicht den Schwamm nass machen sollen. Aktenschrank. Tisch. Ja, guck mal. Du hast gerade in deinem Schatten eine Lampe gesehen. Ah, Rotlicht. Benutze Rotlicht. Ne, ich schalte ein Rotlicht. Ja, dann... Ich glaube, du musst immer auf das Objekt direkt drücken. Genau. Irgendwie so. Okay. Öffne Aktenschrank. Der ist abgeschlossen. Benutze gelber Schlüssel mit Aktenschrank. Klappt nicht. Vergrößere. Ich habe aber auch keine Ahnung, wofür der gelbe Schlüssel war. Schale. Leer. Ah, da brauche ich den Entwickler für. Okay. Gut, gut, gut. Okay, schöne Pflanze. Hübsch, hübsch. Warte mal. Das macht überhaupt keinen Sinn. Da... Die Fenster da machen überhaupt keinen Sinn. Hübsch, hübsch. Jetzt gerade tatsächlich nicht. Ich weiß, ich brauche diese Kack-Kassette. Hübsch. Da ist ein Bett. Da ist ein Bett. Benutze Bett. Also... Nimm Bett. Die Sache ist, was du auf jeden Fall noch irgendwie machen musst, ist, weil du auf der Ebene bist, also die Räume von Ed und Ed, da kannst du auch irgendwie schon rein, aber halt nicht ohne, ja, potenziell irgendwie die Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen, sagen wir es mal so. Also ich weiß ja nicht, hast du zum Beispiel, es gab ja diese Zwischensequenz in Edners Zimmer. Hast du gesehen, was so in ihrem Zimmer rumliegt? Ist dir das aufgefallen oder war das zu schnell, wo sie mit Edna, äh, mit ihrem Sohn gesprochen hat? Ein Herzkissen und sowas. Ja, aber noch was ganz anderes, was ganz, ganz, ganz Besonderes oder Wichtiges, also... Wo ist jetzt übrigens alles noch da? Also du hast jetzt Razor, du hast Berner, der ja irgendwo im Dunkeln steht. Ja, du musst jetzt nach unten wieder, glaube ich, ne? Warst du nicht hier, Klappe, oder? Ja, warst du mit Berner, äh, ich weiß gar nicht, vernageltes Fensterdrehte. Das war doch die Klappe, äh, ja, das war irgendwo hier unten. Ach, Mann! Höhöhöh. Da. Ja, boah, das war jetzt aber, das war eine Qual jetzt, oder? Äh, höhöhöhöh, sie ist da rein. Ah, nein, nein, nein! Also ich sag mal, was du natürlich machen könntest, ist, du könntest dich ja von einem schnappen lassen, ne? Reparier Funkgerät mit. Ach, ich hab nix. Ja. Mit Salat. Ist du noch da draußen? Ne, die ist wieder reingerannt. Ich glaube, die verfolgt die sogar nicht, hat einfach eine Tür zu gemacht, ja, ich meine, mein Gott. Ich werde verfolgen, also, hier sind irgendwelche Leute in meiner Wohnung, ne, ich mach einfach die Tür zu. Igitt! Wieso will keiner die coolen Körperteile? Also ganz ernsthaft, wenn ich irgendwo Tupperware finden würde mit coolen Körperteilen, ey, meins, das Poster ist auch geil mit der sexy Mumie. Ich seh schon, du wirst dich ja sehr wohl fühlen, ne? Wie zu Hause? Äh, benutzt Wasserhahn. Ach nee, schalt ein, Wasserhahn. Da fehlt der passende Handgriff. Hm. Okay. Schalt ein, Waschbecken. Ach. Tja, dass die Addisons sich nicht wundern, dass überall einfach das Wasser läuft, im ganzen Haus. So, dann geh ich doch mal den Schwamm nass machen. Ah, falsche Raum. Hier rein. Ich bin, was ich, 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 was ich Vielen Dank.